Willkommen zu einem neuen Video. Hier ist wieder der Vollstrecker Scharfrichter 380, heute mit meiner Lego Glock 43. Also meiner Meinung ist es die beste Lego Glock 43, die es auf YouTube gibt. Aber es ist meine Meinung. So sieht sie aus. Hat zwei austauschbare Magazine. Dieses habe ich auch nochmal dazu gebaut. Hält aber nicht so gut. Hier oben ein beweglicher Schlitten mit Rutsche. Einen beweglichen Abzug, also etwas beweglich. Das ist auch ganz leicht auseinandernehmbar. Übrigens für diese Glock, für die Glock 43, gibt es kein Tutorial. Also die habe ich freihand gebaut, könnte man sagen. Ja. So sieht es aus. Hier ist der Schlitten. Das Ganze hängt an einem Gummiband. Und ganz leicht auch wieder zusammenbaubar. zusammenbaubar. Tada. Und so sieht es aus. So nochmal von hinten. Ja, beweglicher Schlitten. Hier noch einmal meine Rutsche. Rutsche ist einfach hier aus dem Lego Technik Pin, wie ihr auch gerade sehen konntet. Liegt auch sehr gut in der Hand. Hier noch ein angedeuteter Magazin-Auswurf-Knopf. Ich finde übrigens, besser hätte man die 43 auch nicht bauen können. Auch nicht von aussehen. Schießt übrigens nicht. Kann man sich ja denken, in der Mitte des Laufes ist ja ein Pin, der rauskommt, wenn man zurückzieht den Schlitten. Kimo und Korn, die Visierung. Die Rutsche hier. Ja. Und noch einmal der bewegliche Abzug. Ja und das war's. Danke fürs Zuschauen. Ja, tschüss bis zum nächsten Mal.